Hi Leute und recht herzlich willkommen bei Yoshi's Woolly 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 World, sorry, das war ein geklautes Intro, irgendwie, egal, Wustlschloss, lass uns starten, jopp, 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 okay, hab ich schon wieder ein paar Tage lang nicht mehr gezockt, es geht, äh, es geht wieder los, die Woche, die Arbeit hat gegriffen, aber das, ähm, möchte ich mal jetzt nicht als Hinderungsgrund angeben, so, naja, ich hab runtergezockt, ne, ansonsten war es halt auch sehr warm, ah, I understand, oh man, die Feuerlevel bisher waren relativ heftig, ah, okay, ich dachte gerade, das könnte potenziell sehr fies sein, ne, das nicht, Das ist ein Reißverschluss, I understand, ne, du hast nichts, there is really nothing, und auch da nicht, okay, 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 wir können weitergehen, ist echt cool aus, all diese Wollelemente, Und die Plattform, die nach unten fährt, kaum gefährlich, da ist nichts obendran, da unten war was, ich hab's ganz genau gesehen, Dankeschön, ich muss mich nochmal hier kurz zurück, Nö, da ist wirklich nichts, okay, schön ist, man kann hier jederzeit eigentlich gemütlich rumhüpfen, wie man möchte, Oh, was denn das für ein Viech, ähm, hi, ah, so mach ich dich kaputt, okay, Okay, das ist ja süß aus, und ich möchte auch, dass es so bleibt, dass er nur süß aussieht und nicht gefährlich ist, ne, Auch noch auf, naja, das ist auch noch einer drin, natürlich, Guck mal hier, jetzt noch nach oben, ne, Was bringt mir das? Ah, nö, nichts, offenbar bringt mir das rein, gar nichts, von mir aus, hopp, doch, das wollte ich nicht, Ah, nein, verdammt, no, ups, es hat erstaunlich wenig geklappt, so, rein, So, so mal am Rande, ne, äh, lass uns nichts, Give me new eggs, because I need them, sehr komisch, wieso ist da direkt ein Schlüssel neben dem Schloss, I'm confused, und ich weiß nicht, wo es weitergeht, Ich würde eigentlich sagen, so grundsätzlich, Ups, na, fuck, äh, ich muss ja schon wieder in die Steuerung reinkommen, irgendwie gerade, Oh, ich hab den ersten schon passt, verpasst, okay, wenn das kein Grund ist, durch das, durch das Tor zu gehen, Dann weiß ich auch nicht, was ein Grund ist, Ups, so, Please, 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 lass es nicht weitergehen hier, Ja, okay, so, eh, thank you, guck mal, da oben muss noch was sein, nein, okay, von mir aus, dann halt nicht, Äh, man denkt hier in diesem Spiel, überall wäre noch etwas, aber, so ist es nicht, Gott sei Dank, es wäre auch echt schlimm, wenn überall was wäre, ne, und weil das Spiel schon sehr nah dran ist, Och, egal, wie der mir die Zunge rausstreckt, what the fuck, äh, na gut, von mir aus, wir haben ja, glaube ich, jetzt dann alles, Das ist schön, dass man daran erkennt, äh, dass es ein optionaler Weg ist, das ist gutes Gamedesign, Irgendwie habe ich das Gefühl, was hat es damit auf sich, doch, Ah, verstehe, das war ja tatsächlich nicht so schwer wie gedacht, also, bei weitem nicht so schwer wie gedacht, ne, Das ist nichts, okay, das Feuer hier ist erstaunlich ungefährlich, möchte ich mal so anmerken, Das sage ich jetzt und werde da wahrscheinlich gleich vernichtet dabei, das ist nichts, au, ja, so zum Beispiel, So, ah, so gut, das geht ja auch noch, und jup, oh, die Kamera ist ein bisschen langsamer manchmal, da muss ich vielleicht etwas aufpassen, Okay, wie machen wir das jetzt am besten, naja, sonst ist da eh nix, hm, wie ist das da ein Loch in dem Block, Möchte ich ja nur mal so kurz anmerken, kann ich da was machen, nein, okay, schon aus, dann halt nicht, Wieso ist da was drin, bam, 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 so, Ah, gut, dass meine Wolle nicht verbrennt, das wäre fies, so, komm bitte wieder runter, Eh, dankeschön, vielleicht ist da oben ja noch was, nö, 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 Natürlich, wer hätte das gedacht? Aber ich muss es nicht mal da unten einsammeln. Also das Level ist wirklich leicht. Okay. Äh. Nimmst du mich da auch hoch? Ah, so, okay. I understand. Okay, beinahe alles eingesammelt. Nein, nichts. Okay. Hm, hm. Offenbar nicht. Das auch nicht. Kann ich nur mal zurück und mir Bälle holen? Äh, kann ich beinahe. Beinahe. So. Yes. Let's do this shit. Speed running. Oder so, irgendwie. Wie mache ich das jetzt da? Ich muss ja direkt hinterher springen. Das ist fies. Okay. Oh, come on. Da oben muss... Okay, ich weiß, wo ich noch suchen kann, falls ich was vergesse. Äh. Die sind unbesiegbar. Wie mies ist das denn? Aua. Wie stark das einen verwirrt? Das war vielleicht ein bisschen knapp, vielleicht auch überhaupt nicht knapp. Vielleicht gehe ich jetzt auch direkt an die Stelle, wo ich vorhin gesagt habe. Wo ich noch was vermute. Denn ich kann da hoch. Da ist nichts. Also das sieht nicht danach aus, als ob da was wäre. Heißt natürlich nichts, ne? Nö, da ist nichts. Au. Das geht nicht. Okay. Ja, ich bin es mittlerweile ja schon beinahe gewohnt. Uah. Dass ich zumindest wegen dem Leben nochmal hin muss. Ah. Das ist nichts. Okay. Man darf nicht direkt drüber springen. Okay. Da geht's weiter. Aber hallo. Da geht's natürlich auch weiter, weil da ein Pfeil war. In die andere Richtung. Ja, das bedeutet, dass es da weiter geht. Das ist logisch, ne? Nein. Ja. Der Moment, in dem man nach oben drücken möchte, natürlich. Da ist sicherlich was Wichtiges drin gewesen. Aber ich weiß es zumindest, ne? Boing. Thank you. Dankeschön. Easy peasy. Komm her. Thank you. Ist das nichts? Nö. Hoffenbar nicht. Boing. Boing. Und damit wir nicht alles so einsammeln müssen. Boing. Pfff. Darum müsste eigentlich auch was sein, ne? Just saying. Nope. Wie kann ich dich überhaupt besichten? So einfach. Ah, geht's wohl. Nope. Thank you. Jump, 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 jump. Verglich nicht. Oh, drei Stück auf einmal. Okay. Now we get in serious. War nichts. Oh, okay. Kann ich die Feuerwelle einsammeln? Hau. Spuck. Spuck. Ja, Tatsache. Wie auch immer das Sinn macht, aber okay. Eine weitere Quelle an... Eh, Eiern. So. Dann wieder hoch. Bäh. Damit. Ich will da ein Ei haben. Ne. So einfach hier das nicht. Verstanden. Da zumindest. Okay. Thank you. Denn da muss ich hinter und da komme ich sonst nicht hinter und das wäre doof. Oh Gott, das ist auch fies, wenn da was versteckt ist. Ich hätte gerne noch mehr davon. Thank you. Und ich glaube, ich habe unten noch was vergessen, oder? Ich habe mir das Gefühl, dass es ist, ob ich nicht... Eh, eh, eh. Verdammt. Es ist, ob ich hier nicht alles erforscht hätte. Moment, Moment, Moment. Ich Idiot, natürlich. Eh, wie konnte ich denn das übersehen? Nö. Okay, von mir aus, dann halt nicht. Oh, die bleiben auch gar nicht mal lange eingezurrt. Oder wie man das nennt. Kriegt noch mehr Bälle von euch. Das wäre... Super. Eh, verdammt. So nicht. Ne, das war auch doof. Ne, da oben ist natürlich was versteckt. Hallo. So. Jetzt fahren wir mal hier kurz durch. Give me that. No. 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 Nein, 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 nein. Entfessel dich doch nicht. Machen wir es halt so. Oh, da kann man sogar komplett durchfliegen. Okay. Au. Es war irgendwie zu erwarten, dass es passiert. Ich habe es trotzdem nicht versucht. Natürlich brauche ich noch einen. Zum Glück kann man relativ weit zurückgehen. Na, ich würde sowieso nochmal das Gebiet machen müssen, aber... Was sich vermeiden lässt, mache ich natürlich jetzt schon, ne? Hm. 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 So. Man ist ja schnell wieder oben, wenn man weiß, was man tut. Und wenn man einfach durchrennen kann. No problem whatsoever. Hopp. 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 Stopp. Irgendwie stopp. Egal. Und es gibt natürlich hier noch einen schönen Boss. Kein... Okay. Nehmen wir aus. Hopp. Hopp. Bin gespannt auf den... Feuerhund-Boss. Ich meine, das war der einzige Gegner, der in diesem Level vorkommt. Und aus dem... Naja. Hehe. Sieht man es ja auch auf der Welt. Du brennst wohl auf eine Abreibung, was? Genau, für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel was gestrickt. Okay, das sieht cool aus. Was machst du, wenn ich dich anschiesse? Ähm. Nein! Okay, ich habe es kapiert. Also ich hatte es schon früher kapiert, aber ich musste ja schon an den Punkt hin. Aua. Das tat wahrscheinlich weh. So. Lass mich auch durch. Das wäre sehr nett. So, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder neue Bälle. Okay. Spuck einfach mal dein Feuer. Das ist schon okay. Und auch ruhig zweimal. Das stört mich nicht. Trauer. Hm. Nein, nein, nein. Ich schon wieder. Ah. Ah. Fuck. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe noch ein Ei übrig. Wird schneller. Von mir aus. Stört mich nicht. Das kann ich den ganzen Tag machen. Wah. Die. Ah, okay. Huch. Nein. Nein. Und das soll es auch schon gewesen sein. Aber. Das war für mich persönlich der bisher schwerste Boss. Ich meine, der hat mich beinahe getötet. Beim ersten Versuch. Weil ich erstmal rausfinden musste, was ich da tun musste. Aber. Auch. Ja. Ohne Ausrede. Der war bisher der schwerste. Fand ich jetzt. Pff. Stim dam dam. So. Oh. Fuck. Ja, ich weiß wo es ist. Ich weiß ja wo es ist. Ich weiß ja wo es ist. Na. Über der einen Tür. Wo ich das letzte mal einfach drüber gerannt bin. Bleh. Ansonsten haben wir alles. Das passt dann schon. Schon? Schon. Das passt dann schon. Bam 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 bam. Ein Trick anstieg erhalten. Okay. Was haben wir als nächstes? Oh, cool. Das sieht auch cool aus. Hotdog, Yoshi. Ach, die heißen Hotdogs. Okay. Really creative. Oder irgendwie sowas. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann der blauen Pyramide widmen. Aber erstmal machen wir das hier noch fertig. Also sowohl die Cutszenen als auch die Welt noch. Natürlich ein Essenswoll-Level. What the hell? Das ist krass. Das ist echt krass. Na gut, wir sehen uns da, wo mir jetzt das Zeug noch fehlt. Also der eine Stempel, von dem ich weiß, wo er ist. Und dann halt mit vollem Leben nochmal den Endgegner stellen. Aber das erspare ich euch dann. Oh, wait a minute. Das kenne ich aber noch nicht. Äh, ich muss da erstmal hinkommen. Aber das ist neu. Da oben ist nämlich was. Ah, damit haben wir jetzt die 20, ne? Ja, okay. Dann war das doch nicht da, wo ich dachte, dass es ist. Aber gut, ich hab's sowieso gesehen. Das war nämlich das, was ich nicht wirklich gekriegt habe, ne? Ah, das ist einfach nur ein Leben. Okay. Auch gut. Und damit verabschiede ich mich für... Verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zur nächsten dann, ne? Ciao, Leute. Liken, abonnieren und so. Ihr wisst das Ganze ja schon. Bis zum nächsten Mal.